Ja, was geht ab, Leute? Haftbefehl auf der Rheinkultur. 16 Bars TV, checkt das aus. Bang! 16 Bars TV, immer noch, vom Rheinkultur in Bonn, hier im Backstage, mit Haftbefehl. Es ist unglaublich, was ist denn hier los? Es ist wie Love Parade geworden. Auf einmal, weil ich gleich auftreten muss, der Veranstalter hat gerade gesagt, es gab es noch nie auf der Rheinkultur, dass so viele Leute hier standen. Die anderen Bühnen sind alle leer, weil ich der Papa bin. Um es auf den Punkt zu bringen, die Veranstaltung wurde jetzt erst mal vorübergehend auf jeden Fall beendet, weil sonst Lebensgefahr für die Menschen besteht. Love Parade-mäßig! Feierst du dich da jetzt drauf? Ich feiere mich nicht, ich feiere den Champagner, weil er so gut schmeckt. Aber ich bin ja auch hier vorhin schon rumgerannt und habe die Leute so ein bisschen gefragt, wegen wem sind sie hier und gerade die Hip-Hop-Fans sind tatsächlich, glaube ich, zu 90 Prozent wegen dir hier. Wegen wem bist du hier? Ähm, äh, Haftbefehl. Bist du ein riesengroßer Haftbefehl-Fan? Ja, ich habe ihn halt noch nie live gesehen. Alle anderen habe ich schon mal live gesehen, aber Haftbefehl habe ich noch nicht live gesehen. Wegen Favourite. 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 Favourite und Haftbefehl. 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 Wegen wem bist du da? Das interessiert mich. Wer hatten hier gerade so eher die Haftbefehl-Fraktion? Wegen 2,5,7ers. Die 2,5,7ers sind auch da? Ja, die bringen Favourite, oder Favourite hat die mitgebracht. Ah. Und ja. Haftbefehl ist was für dich? Ja, können wir machen. Können wir machen. Also hauptsächlich bin ich für den Haftbefehl und Cello hier und Abdi, aber ich finde es geil, dass man hier so die Möglichkeit bekommt, so J.Ru the Damager oder von Kelly Agents Rescoe zu sehen aus Amerika, umsonst alles sogar. Das finde ich richtig geil, also eine gute Aktion hier auf jeden Fall. Haftbefehl, Fahrt. Haft, Haft, auf jeden Fall. Und Chacuzza haben wir leider gerade verpasst. Aber Haft. Der ist schon aufgetreten. Ja, der steht da hinten, glaube ich gerade. Da ist schon noch Favourite, den gucken wir uns auch noch an, wenn wir Glück haben. Und dann, ja. Und zwar Baba Haft. Baba Haft, was ist denn so geil an Haft? Haft, der hat einfach den Flow, der ist einfach der beste Rapper in Deutschland. Er kann es einfach, er ist einfach der Beste. Der braucht keine Texte, der hat Flow. Der hat den geilsten Akzent, den ich kenne. Haft kann einfach alles, krass ehrlich. Ich mache halt krasse Musik und die Leute verstehen das langsam mit der Zeit. Am Anfang haben alle gehatet, weil ich nicht so gut Hochdeutsch kann. Aber mittlerweile finden die das cool, was ich mache. Und das ist auch cool, was ich mache. Ich bin zur Zeit von den Newcomern, ich mache die beste Musik. Und wenn ich mein Album jetzt kommt, im August, am 26. August kommt mein Album. Ich darf endlich eine Ansage machen. Am 26. August kommt mein Album. Dann können wirklich alle einpacken. Alle! Wie heißt es? Wie heißt es? Das darf ich noch nicht sagen. Das sage ich im Interview. Ich komme doch nach Berlin dann. Ich muss doch Promo machen. Machen wir schon wieder ein Interview. Natürlich. Wir machen doch gerne Interviews zusammen. Du weißt. Ja, aber vielleicht kannst du ja jetzt schon mal. Also nur nochmal so zum Beispiel auch den Namen des Labels nochmal so ein bisschen verraten. Du hast es ja letztes Mal auch immer nicht so genau alles erzählt. Mein Label heißt Pfeffergas. Nein, mein Label heißt Aslak, Aslak, A-Z-Z-L-A-C-K-Z, Untervertrag sind, Celo Abdi. Die kommen dieses Jahr auch mit dem Album Hinteraufschlaggung. Auch eine richtig krasse Story. Die Jungs machen die Straße, ich mache die Hits. Mein Album wird so krass. Es wird schon Amerika, Amerikamäßig. Ich schwöre, es wird Feierabend. Du wirst die ganze Welt damit übernehmen, ja? Nein, ich warte nicht die ganze Welt. Also die Amis scheißen ja auf uns Europäer. Aber wir scheißen ja dreimal so krass auf die. Das Album wird so... Ich kann es nicht beschreiben. Guck mal, wie beim letzten Album. Ich kann es nicht beschreiben. Kauft euch das Album einfach. Ey, mummerle, für sich den Basti! Also Zuschauer bei dem Interview hatten wir aber, glaube ich, auch noch nicht. Wie hast du eigentlich Pfeffergas in deiner Tasche? Das konnte ich gerade eben nicht fragen. Weil ich jetzt gerade was zu verlieren habe. Und früher hatte ich ja nichts zu verlieren. Da habe ich andere Sachen mit mir getragen. Noch gefährlichere Sachen. Und jetzt habe ich Pfeffergas. Was hast du denn zu verlieren? Nur den! Das ist der billigste Pfeffergas, den man kaufen kann. Der kostet 3 Euro beim Pakistaner. Und der fegt seine Mutter. Musstest du den heute schon mal zum Einsatz bringen? Ich musste noch nie in meinem Leben irgendwelche Waffen zum Einsatz bringen. Weil ich habe meine Augen. Ich gucke dann immer vorher und dann klärt sich die Sachen. Aber in was für Situationen gerätst du denn? Oder könntest du geraten, wo du dich irgendwie wehren musst? Ich weiß ja nicht, was auf mich zukommt. Abdi ist gerade gekommen. Celo ist gerade gekommen. Wollen wir die auch mal dazu holen? Wenn wir hier gerade schon mal ein Interview machen. Würdest du deine Jungs dich mal dazu holen? Komm, komm, Abdi. Komm, 16 Bastel. Bruder, capo, komm her. Schönen guten Tag. Das ist Abdi. Das ist genau, servus. Was vis-a-vis, sag mal hallo. Ich kenne dich, wie geht's? Alles klar. Kennst du sie? Ja. Da haben wir auch mal die Ehre. Das ist heute so fein und so auf Frauenklammern. Szene. Celo. Celo, pelo. Du kennst ja und hier sagen wir auch mal Tag. Celo. Hallo. Salut, sa va. Herzlich willkommen hier auf der Rheinkultur. Es ist ja ein unglaublicher Hype um euch. Alle drei hier gerade. Also die Leute rasten komplett aus. Ich habe schon einen Haftbefehl gefragt. Könnt ihr euch erklären, woran es liegt? Weil wir auch ausrasten. Die rasten aus und wir rasten aus. Wir rasten beide heute aus. Eine Hand wäscht die andere. Ihr wisst Bescheid, alle. Die Deutschen sägt einfach. Wir rasieren einfach. Jetzt sprechen hier gerade alle gleich. Bonjour. Bonjour. Bon, ça va bien? Oui, ça va bien. Je ne parle pas français. Bon, bon, bon. Bon, bon, bon. Com to loot. Nur für Para. Jungs, vielleicht könnt ihr auch ein bisschen was von... Rekomisen, Ratte, Kapo, Celo, Abdi. Dieses Jahr wird aufgeräumt. Die können alle einpacken, die Juhrensöhne. Scheiterlehr. Vielleicht erzählt ihr noch mal ganz kurz, was jetzt von euch noch in Zukunft ansteht. Ja, in Zukunft ist auf jeden Fall ein Album geplant, Celo Camero zu werden. HJ kommt jetzt Ende des Sommers, Oktober, so Gott will. Und dann setzen wir noch eins drauf, sozusagen. Lasst uns überraschen, einfach. Das sind gute Features. Baba Beats, ELS exklusiv, M390 produziert. Wie ist Haftbefehl so als Labelchef? Der ist kein Chef, wir sind alle Brüder. Der sagt das immer wieder. Du kannst ihn fragen gleich. Wir sind alle Brüder. Gibt es keinen Chef und keine... Nur Praktikantinnen eventuell können wir einstellen bald. Aber gibt es keinen Chef mehr. Wenn sich er bewerben... Die Bewerbung für alle Praktikantinnen. Was müssen die mitbringen, die Praktikantinnen? Die müssen gute Referenznamen auf jeden Fall. Und wie gesagt... Die wären... Das wären wir dann nicht richtig. Das ist alles beim Casting im Fahrradkeller dann. Wie gesagt, ihr seid dann alle eingeladen. Kommt einfach Schritt. Jetzt ist der Chef aber einfach weggerannt. Oder beziehungsweise der Bruder. Der muss jetzt... Der kleine Bruder. Habt ihr den kleinen Bruder schon mit? Der kleine Bruder ist auch Chef. Ja, das ist das Beste, was es gibt. Bist du denn jetzt auch gesigned bei den Aslaks? Das musst du ihn fragen. Guck mal, wie gut er aussieht. Ist er denn jetzt auch gesigned? Ja, da musst du nur auf Bilder und so sein. Also Gesicht zeigen. Aber der rappt nicht. Also er darf nicht sagen. Ich spreche nicht rappen. Ja, war klar. Ja, Jungens. Hast du noch wichtige Ansagen zu machen? Also dein Release. Komm, warte mal, Berlin. Ich glaube, hier ist gerade Ausnahmezustand. Es ist tatsächlich ein bisschen schwer, ein Interview zu führen. Aber nochmal dein Release-Date. Am 26. August kommt mein Album. Ey, Sean! Wo kommt mein Album? Wo kommt mein Album? Eigentlich, eigentlich. Das ist mein Manager. Hallo, das ist mein Manager. Wir lernen heute alle mal kennen. Eigentlich 2. September. Eigentlich. Aber wir wollen nicht zu viel verneiden. Was machst du die ganze Zeit? August erzählt. 26. August oder 2. September. Eins von beiden. Das ist ja hier hoch exklusiv. Wie ist mein Album geworden? Nicht so gut. Nicht so gut. Das ist schlecht, oder? Ganz schlecht. Wie ist er so als Schützling, also du als Manager, ist es ein bisschen schwierig auch manchmal mit einem Haftbefehl zu arbeiten? Nein, das ist ganz einfach. Das ist ganz einfach. Immer pünktlich. Immer da. Immer nüchtern. Immer nüchtern. So muss ein Künstler sein. Also das ist Künstler in Person. Und managst du die Jungs jetzt hier auch alle, oder? Ja, da müssen wir mal noch mal gucken. Und die zwei macht, wo ist denn das hin? Die Jungs! Da, die macht er, der versteckt sich hinter der Kamera. Was ist denn hier immer mit dir? Wieso, du bist... Sag mal so. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich da dabei bin. Natürlich, ich gehöre dazu. Aslak, ich bin auch von Tag 1 dabei. Also wenn wir auch von dir in Zukunft was hören? Jetzt kommt meine Free EP, wollte ich auch noch sagen. Ich mache jetzt eine Free EP mit 20 Songs. Ami Beats, damit die auch mal wissen, was Aslak's auch auf Ami Beats rappen können. Müssen nicht immer auf Asi irgendwelche deutsche Produzenten sein. Kann auch mal Ami Beats sein, Old School Beats. Ich bin eher so ein Old School Fan. Ich habe eher so ein Tag Live Video gedreht. Das war auch ein Old School Ami Beat von 50. Ja, ich bin halt sehr auf Old School, sage ich schon mal. Ja, jetzt wird ja eine Free EP kommen. Mal gucken, was dabei rauskommt, ne? Dann wünsche ich euch schon mal allen ganz viel Erfolg. Und dann hören wir bestimmt was von euch. Und viel Spaß noch beim Feiern hier, ne? Und vielleicht mal hier den Fans. Die wollen glaube ich alle... So, sagen wir noch dem Chef, auf Wiedersehen. So, da du ja einfach wegläufst im Interview, sag mal... Ich komme ja bald nach Berlin. Wir haben schon so viele Interviews. Und ich glaube, wir haben mit unseren Interviews mehr Klicks als alle Interviews von euch zusammen. Weil ich so cool drauf bin, ne? Und weil ich mich nicht verstelle. Und weil ich der Baba bin. Und weil ich deine Mutter erfegt. Und... Nein, Spaß. Jetzt geht das wieder los. Sei doch einmal nett im Interview. Du bist die Beste, ich war. Mit dem mache ich gerne Interviews. Ich würde niemals mit irgendeinem anderen Sender fünf Interviews machen in einem Jahr. Ihr Bruder und Schwester. Hast du noch abschließende Worte? Ich glaube, deine Fans wollen alle mal von dir ein Autogramm oder ein Foto. Ja, abschließende Worte. Ja, nur für dich jetzt. Die berühmten letzten Haftbefehlworte, bitte. Okay, checkt... Sechzimbasti sowieso. Checkt... Aslak, checkt... Celo, checkt Abdi. Checkt mein Bruder Farid. Ich stehe gerade mit meinem Manager. Farid, bang, Haftbefehl. Wir sind dieses Jahr am Start. Celo, Abdi. Mein Bruder Kapo, Frankfurt. Wir räumen auf. Alter, wir ficken eure Meneer, ihr Wins, Alter! Ich stehe gerade mit meinem Meneer, ihr Wins, Alter!